Stolze 600 Millionen Euro. So viel dürften Herr und Frau Österreicher heuer für gute Zwecke spenden und das wäre ein Rekordergebnis. So die Hochrechnung des Fundraising-Verbandes Austria. Die Österreicher sind so solidarisch wie noch nie. Es ist erfreulich, dass wir damit rechnen können, dass 2015 über 600 Millionen Euro gespendet wird. Das sind 5 Prozent mehr als im letzten Jahr. Ein Wachstum, das natürlich dem Thema Armut und Flüchtlinge in diesem Land geschuldet ist. Ein Thema, das den Österreichern wirklich unter die Haut geht. Nicht zuletzt die momentane Flüchtlingssituation in Europa regt die Österreicher zum Spenden an. So wurden bisher rund 12 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe gesammelt. Und das ist gut so, denn der Staat ist, wie aus Medienberichten hervorgeht, großteils mit der Situation überfordert und die Hilfe bleibt an den Freiwilligen und NGOs hängen. Ja, zum einen können wir als Volkshilfe feststellen, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr gespendet haben für Flüchtlinge, für Menschen, die sich nach Österreich sozusagen retten. Natürlich auch selbstverständlich, weil in den letzten Jahren das nicht in diesem Ausmaß vorhanden war. Also ich helfe, deshalb bin ich. Ich glaube, dass wenn man solidarisch ist, dann wird man eigentlich erst wirklich zum Mensch. Ich glaube, dass wir Freiheit nur füreinander, aber nicht im Gegeneinander erreichen können. Und das ist etwa ein starker Impuls, der heuer signifikant ist und diese vereinzelte Hilfe ist zu einer Bewegung geworden. Positiv auf das Aufkommen wirkt sich auch die Absetzbarkeit der Spenden aus. Jeder dritte gespendete Euro wird bereits von der Steuer abgesetzt. Dennoch sieht der Fundraising-Verband hier Nachbesserungsbedarf. Für uns allerdings unverständlich ist, dass Bildung weiterhin nicht begünstigt ist. Also Zuwendungen an Bildungsträgern, Schulen sind weiterhin reine Beratsache und ähnlich verhält er sich mit dem Tierschutz dem zweitwichtigsten Zweck der Österreicherinnen. Ein wichtiger Punkt ist dieses Gemeinnützigkeitsgesetz, das jetzt im Parlament beschlossen werden wird. Das Finanzministerium rechnet ja mit Kosten von 50 Millionen. Allerdings rechnen wir mit Einnahmen oder mit Multiplikatoreffekten, dass die Österreicher dann ja auch mehr geben von etwa 150 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Aber auch, und das ist wichtig zu sehen, über 3.000 Menschen werden einen neuen Job finden. Und auch das ist wichtig im Rahmen des Spendenberichts zu erwähnen, dass Beschäftigungseffekte sehr wohl auch ein Thema sind. Übrigens, Westösterreicher spenden viel, die Ostösterreicher dafür häufiger. Im Schnitt gibt jeder 112 Euro für den guten Zweck aus. 25 bis 30 Prozent des Spendenaufkommens fallen dabei in die Weihnachtszeit. Und diese Spenden werden auch dringend benötigt. Denn gerade jetzt, wo es draußen kalt und nass wird, brauchen viele, nicht nur die Flüchtlinge, unsere Hilfe.